Boah, mein Schwuler verteidigen Boah, starten So, jetzt geht's los, naja, schön Boah, starten Und ich kann diesmal die Einheit nicht wechseln Boah, starten Die Turbo Oh, starten, danke Ich hab ein Fahrzeug Kenn ich die nicht Johooo Ich bin hinter dir Aber wie kann ich nur die Abgeschweide machen? Ein Fahrrad Ich muss ganz raus Ich muss ganz raus Boah, jetzt reicht der Der schießt auf ein Flugzeug Das ist so ein Flugzeug Na, ich bin wieder da Ja, ihr habt euch mitbekommen Mein Vater war auf dem Köppenplatz Ja, und hat in Zeit gepennt Oder so Ja, das geht darum, dass ich Irgendwie eine Grille Extrem laut gehört hab Boah Alter Nur, ich versuche zu streben Loco, du kannst von mir rein Oh Loco, ich hab einen hinter dir Leg doch mal weg, bitte Aber ich Also, ich nehm gerade einen Hoffe ich Achso, okay Hinter uns kommen auch noch welche Oh Wie ist die so Tot Ja, das Fahrzeug steht natürlich Jetzt muss ich fallen Du hast, äh Spielst du da nicht mit? Jawoll Erster Kill Jawoll Entschuld Jawoll Transformer Wir filmen, Alter Ah, der Film Jawoll Äh Bei den würde ich dir, äh Nichts vorn gut, aber äh Das war einfach falsch Das Ja, es gibt, macht nix hier Ich warte in der Warteschlange Rambo Ich warte in der Warteschlange Ja Mann, 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 Mann Sehr sinnvoll Da ist einer Ich bräuchte nen Gunner mal Ach ne, das ist unser Eingang Der ist nachher gekleidet Uh, Pio Schwie, komm raus aus dem Bunker, oder? Oh, Mann, ey, ist ein neuer Mitspieler, ja, du Koffenlöscht So ist das ja eigentlich ne Runde Ne, es gibt keinen Panzer Kann ich keinen Panzer machen? Ne, kann ich keinen Panzer machen Ich kann auch nicht mal ein Auto auflegen gerade Ja, doch Ja, der eine ist doch Panzer hier Du, du sollst nach vorne schießen Ja, es gibt kills mit Panzer, aber Melanie, komm mal aus dem Ding Oh Gott Oh Gott Gocke, spielst du nicht? Oder gehst du streben? Sag dir nix nach links oder nach rechts aus dem Weg Ja, ist egal Ich stelle jetzt halt zu dem Fahrzeug wieder Dann kann ich schneller reagieren Ah, ich kann jetzt auch endlich Im Auto Ja, jeder hat ein Fahrzeug Ja, jeder hat ein Fahrzeug Mal doch nie warten Steigt beim Grey ein Der hat noch keinen Schützen Ja, gut So bin drum Klar So wie du online kommst, dann lade ich dich ein Guck mal hier Ja, ich soll mal hinten lang fahren Ja, ich weiß nicht Ich fahne gerade mal aus Panzer machen auf dem Platz Also die beste Taktik ist Lauf einfach die gegen gestellte Richtung wie ich glaube Also ich lauf rechts, du lauf links Oh, ich wurde rausgeschossen Ja Auf dem Berg Kann natürlich sein, ich kriege halt gar nichts gewissen So, hier steht ein Taktik hat zwei, Alter Oben auch ein Berg, ja Ja, alle auf Berg Nein, hab ich Äh, ja Hä, ich hab einen rausgeschossen Boi Nein Der bombardiert ja so heftig gerade Scheiße Oh nein Auf dem anderen Berg liegen sie auch rechts auf dem Berg Lobo warte, ich sporn hinter dir Warte, 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 warte Warte, 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 warte So ist auch drin Ja, ja Ach ja, wie Joe da sitzt Wie auf dem Pott Wie auf dem Pott Haha Haha Ich bin ein bisschen dafür Wir sind links und rechts auf dem Berg auch nach rechts Hier links oben auf dem Berg sind sie drauf Rechts aber auch die Sniper drüber auf links Oh mein Gott, was ist das für ein Luftkampf hier, ey Warte, 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 warte Ich meine, bitte, bitte mal nicht B1 zu bombardieren Hier sind auch welche, die da einnehmen wollen Den fast Der Junge Alles interessiert, alles nicht, ne? Bitte nicht! Nein! Klasse, das ist B1, das ist auch so Ah ja, dann wisst ihr Ja, Rammer Gut, ich lade dich ein Äh, Freunde einmal Gucke B2 wird neutralisiert, Joe Gucke Gucke, komm mal runter auf zu B1 Ja, hier ist nix Ja, genau, da ist nix Darum bin ich auch tot Hahahaha Habe ich jetzt B1 hier, oder was ist das jetzt hier? Ne, weil B2 könnte ich, oh man Weil B2 sind zwei drin, Joe B2 eingenommen wird, kriege ich B1 Ach, scheiße Ach, scheiße Doch, ich hab B1, eine Von hinten, Joe hinter dir Ich bin tot Der hat einen Schuss genug gebraucht Ja, ja, ich hab's gemerkt Ok, einen von den 2'n da unten habe ich Verfolgt den jetzt, weil der nach oben gegangen ist Ja, 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 ja Der hat mich noch nicht gesehen Komm, komm her Los, komm Oh, ich hatte B1, einer Den 2. habe ich auch auf dem Dach Da ist aber wieder einer, und zwar ein Flieger gelandet Also so'n Völschirmspringer, anscheinend Ja Ah, der 1 ist AFK 3, super Juhu Ich versuch hier den äh Panzer zu nehmen Oh Gott, wo ich ihn ziehe Also, 5 gegen 8 Bis jetzt 2 Stück am Haupteingang 2 an den Türen 2 an den Türen Die stürmen auf euch zu Bin keiner Äh, lauf hinter denen, da ja, ja, das ist schon eine Qual Das ist ein Fall Komm hier, steig ein Was? Äh, hinter uns Was? Unserem Spawn sind wir schon Nee Wummi Ja, ne Gehen wir schon Gut Äh Leute Die kommen bei uns in den In den Gelande Ah, ging es da bei uns da rein Geht hoch, geht hoch, geht hoch Oh, doch nicht Ja, warte Was mach ich hier Was mach ich hier Was mach ich hier Was mach ich hier Äh Oh Gott Magst du eine Granate haben? Gelato? Was ist mit Gelato? Mit Gelato Ich will eine Granate Banane Granato, Gelato Ich will Banane Du kriegst eine Granate Banane Gelato Wo du läufst denn? Ah Aha, ja gut Komm mit Endlich mal ein Panzer hier Ich seh dich Ich seh nichts mehr Oh nein Oh nein Oh nein, keine Musik Dann muss ich wieder Unsägliche Werbung Von meinen Videos Nee, dann sterbe ich Ich bin gestorben Hm? Muss gleich mal gucken, ob ich Vielleicht endlich mit Funt was vor Was ist mit Werbung? Werbung ist toll Ich mag Werbung Also Mambo Jumbo 5 Haben sie Erkannt Und dann muss ich jetzt Für die Werbung machen Ich bin gleich da Damit das Video online bleiben darf Ich kann Wie machst du für die Werbung? Du brennst, wie gefällt dir das? Na halt Die YouTube Werbung Ist halt vorher Ach weh Oh Gott Da halt Erbung gescheiter wird Na, stirbst du? Nein, richtig nicht, schade Einen hab ich Zwei waren noch auf der Treppe drauf Der ist auch immer noch auf der Treppe Nach oben geht Ja, welcher Eine bessere Waffe In der Union Ja, rupf's rum Du Knallkopf Du Mach ich erst das Ja B An Das ist unser Panzer, der ist im Luftjagd Melanie, da sind die ganz guten Leute Mit Z, da glaube ich, wirst du sie gekämmt Unser Panzer hat gerade beinahe auf mich geschossen also ich musste deswegen aus dem Auto schon aussteigen Also die Flugzeuge machen einzuräufig 80 Ja, den Sound würde ich auch aussteigen Alter Alter Alter, schon wieder eine Bombe Ich glaube, so weit westen Warte, warte Kommen von beiden Seiten auf das Gebäude zu Links und rechts von der Straße Durchfahrt Ja, jetzt schon Ah, warte Scheiße, ich seh nichts mehr Oh, hier Ja Die wollen nicht mitfahren, leider nicht, der ganze Hut wird Ich brauch einen Gunner Warte Können wir richtig Ja, warte, ich hab einen, ich hab einen, ich hab einen Bleib drin Du musst manchmal wirklich nur hartgenäckig Uuuuch Hartgenäckig bleiben und töten Ja, wenn sie da nicht schießen können, dann würde ich auch nicht da Warte Wir stecken hier hinter einem Baum Ähh Wir stecken da noch Ja, pass auf Ray, dann mach dich jetzt mal zu Fuß und dann Geh ich mal bei dir an die Gun Nein Rein da Ach, hier ist auf einmal keiner mehr, oder was? Wenn wir hier... Ah ja, das ist jetzt Ist jetzt hier was? Ach, weh Weh Scheiße Wo ist hier jetzt? Da oben Ist die Stellung Warte, äh Warte eben Warte eben Komm zurück Dann bekommst du Punkte Scheiße, ist zu spät Hips So So Du musst immer eben beim Stehen ein bisschen den Punkt hast Und dann äh Läufst du weiter Das ist B2 tun wir gerade versuchen hier einzunehmen Ähh Gegner, 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 Gegner Ich komm gerade hinter, bis zwei an Hier kommen sie an die... Boah, Hilfe Boah 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 Alter Das war mal ein Sturmbummer, du Ja Nicht rauslaufen Doch Nicht da Ja Tat nicht weh Tat nicht weh Super Jaja Boah Die Fliegerwohnung Eigentlich sind die Granate drin Aua Boah 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 Also ich weiß gerade nicht, hier ist noch eine Knalle und hier wollen wir mal weg. Jo, ich bin auch schon wieder down. Aber ich kann nicht spürt ein Panzer oder irgendwas fahren. Ja, ich doch. Los, B1, Leute. Ui, 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 jetzt hab ich mich verirrt. Wo bist du? Mann, lauf doch mal! Das funktioniert doch nicht richtig, ja? Lauf mal! Er ist guter 1 am 1, der kommt ja 1, B2. Er will unseren Panzer treffen, der trifft den nicht. Kannst du auch futtern? B2 wird neutralisiert. Nee. Jetzt, glaub ich, stehen wir ja noch voll da hier, ne? Katze! Oh, wir! Ja! Jo, warte! Jo, bleib stehen! Jawoll! Wir machen mal ein bisschen. Wo sind die Flugzeuge, die dem nehmen? C1. Das ist unser, der andere ist auch unser, ich sehe gerade nur unsere. Boah, es ist ruhig, Melanie. Es ist nicht mehr so laut. Wir haben im Moment nur unsere eigenen Flugzeuge. Nee, die sind alle auf dem Berg links. Nach rechts. Aber bleib, bleib, bleib. Bleib, Mr. 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 I will overcome. Rechts und links auf dem Berg. Nee. Richtung B1. Ja klar, jetzt, wo ich an der Flagge sitze, sind keine Verständnis da. Oh, das... Ja! Ungefähr. Ah, da ist noch einer! Nee, das sind unsere. Da ist noch einer. Nee, das ist uns für uns. Der hat mich. Der hat mich. Den hab ich auch. Nee, cool. Ja, der hat mich gar nicht gesehen, du. Er 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 hat mich gar nicht gesehen, du. Ich hab' nicht gedacht, du bist da. Verdammt! 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 Müll, das ist die Zeug. Warum wird... Achso. Dankeschön. Auch für irgendwas, warum. Wird eingenommen. Aber jetzt einer mit dem Fahrrad. Achso. Ich hab' nicht gefallen. Und mit Auto, Darkway? Ja. Ich war gerade eingeschossen. Hier ist auch irgendeiner mit dem Fahrrad durch zu unserer... ...dass. Ja, der kann ja aber nichts ausrichten. Dann musst du erst B2 annehmen. Ja, schießt. Ja, schießt vom Dach. Pass auf, mit dem Fahrrad schon. Ah, Mannu! Ne, lass sie das einfach nur einnehmen. Dann holen wir das zurück. Und dann bekommen wir B2. Schon geregelt. Hallo, sie trefft mich sowieso nicht, ihr Noobs. Ich hab' den Sniper ausgestattet, oder? Aber für... Brauchst du eigentlich zwei oder drei Leute? Oder mehr? Ja. Oh! Was war das? Ganz tolles. Ja, ihr Dankeschön. Ganz gut. In allem, Mann. Kriegst du. Dankeschön, Schatz. Volle schon für euch. Ja, gut. Dann bist du B1 durch, weißt du? Einfach durch. Äh... Wo bist du hin? Okay. Jetzt bist du ja an die Kurke, fragt, wo wo wir laufen, man? Wir haben alles. Oh! Im Gebäude ist da einer drin. Okay. Ist grad oben. Äh... Ist grad oben. Geschoss. Meine Güte. Nee, äh... Zieh! 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 Nein, er hat mich! Hier! Andere Seite! Der heilt mich und da ist noch einer! Entweder war das einer von uns oder noch einer von neben. Oh Gott! Die... Oh, nee, hau! Oh! Die haben die C wieder. Oh, warte, warte. Ja, fahr weiter. Bin tot. Na. Wo kam der her? Da oben beim Schottenstand ist einer. Ja. Den Einzelnen oder die Zweier? Da oben ist einer drauf beim Schottenstand. Der ist neu einer, glaub ich. Da, da bei den Zweiern. Ich seh ihn. Sniper. Da muss man gucken, ne? Okay. Muss man gucken, ob die die bessere Waffe haben. Dann close die. Äh... Leise die. Ja, scheiße. Was schießt du? Das ärgert mich. Der ist tot. Wir sind immer noch da oben auf dem Eckkraut. Okay. Das ist Duft. Was macht ihr hinten so? Da oben ist ein Sniper auf dem... Wo die zwei Schornsteine sind auf dem rechten Eck. Ja. Wir müssen wieder hochlaufen nach B. Das war da vorhin der Fahrradfahrer, der... Das gibt's doch nicht. Wir laufen hoch. Wir nehmen den Punkt. Kommt du noch Fahrradfahrer? Nee, 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 warte, warte. Warte. Zwei Fahrradfahrer, alle zwei Toren. Wir haben gewonnen. Ey. 211 gegen 4. Hä? Ich will keinen Fahrrad fahren. Weg. Oh! Ich wollte nur 2.000km auf. Hast du in Ordnung bekommen? Ich war mit den Erzten. Ich war mit den Erzten. Oh, ich bin erschossen worden am Auto. Bin ich erschossen worden? Ja, hab ich glaube ich Positionswechsel. Oh, na sicherlich. Nochmal. Nochmal. Ey, gehen sie mal auf einen Mann mit ner... mit ner Dingshung. Mit ner... Okay. Stopp mal. Wir gucken ob ich da was seh und ich seh den von hier oben. Ganz gut. Und zwar liegt noch weiter links einer auf dem Dach. Ziemlich flach. Ne, hast du nur gesehen wie die Flachdach... Auch 0-1... Eigene Zungen gemacht. Das ist nämlich nicht beeindruckt. Du wartest einfach bis du den Punkt hast. Da kommst du deine... Boah. Äh... Da, da ist er. Deine Punkte... Und laufen weiter bis zum nächsten. Aber... Habt ihr nicht? Habt ihr den Scharfschützen? Na schön. Und? Das war... Wie gesagt, weiter links liegt noch einer. Also von hier aus gesehen rechts auf dem Dach. Und davon... Das... Das Eck zu uns hin. Ich hab mich die ganze Zeit auch noch geärgert. Oh, oh man ey. Wie soll ich denn hier schießen? Man. Wieso? Du hast noch eine Runde gespielt. Du hast ja einen Bübelwagen und ich nicht. Das gibt ja gar nicht. Ja ne, ja. Ich hab nur gefahren. Das ist jetzt einfach. Ich hab einen Bübel gefahren. Hey. Okay, wenn ich sage... Ich lade doch Granate an, dann musst du weglaufen. Dann... 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 B1 wohnen, weil wir immer extrem so B1 Da ist niemand Da sehe ich sie in niemanden mehr Gelate Granat Ich gehe ja auch, Katna, hoch Okay, Katna, das Dach mit ab Auf der Bergseite schießt ein Sniper rüber Katna, schießt meine Bierkatz vor oben Katze, hol Bier Prost, laufe Ich brauche Ammo Zwei Quill So, ich müsste los mit dir Komm her Oh fuck Sie ist hier Ach, hier sind alle zwei Ja? Also von hier oben führt ein Weg runter, Joe Oh scheiße Also er kann sich auch schon längst vorm Acker gemacht haben So einen hab ich schon Ja, aber da wo ich den einen, den Zweifel gesehen habe auf dem Dach Der führt auf jeden Fall einen Weg runter Also er kann sich locker vom Acker gemacht haben Nee, hier auf Wenn ich jetzt da oben war Ich hab gar nichts Der war nämlich jetzt auf jeden Fall auch weg Äh, wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Ich denk das war's Komm wir können gehen Ja Du musst lieber da vorne mit Hilfe Ja Denk ich auch Guck ich mal da Ich hab grad schon den Ausgang und das Auto Wart mal, wo ist der? Junge, geht doch, geht einer weg Wart einmal Auto, ne? Gut, dann haben sie euch gefunden So geht das nicht Oh, geht Achtung Äh Hä? Nee 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 Jawoll Du? Ich hab die Panzerfaust gemacht und hab die Dicke gemacht Haha Geil Äh An W1 haben sie Landminder hingerlegt Wart mal, komm mal hier Die Panzerfaust hier hinten dran macht Hier auf der Brücke Da ist die Gummi Da liegt ein, äh, ein Hilfsgewehr Habt ihr gehört? Ja An W1 liegen Landminder hier ab der Panzerabwehrminder Okay Okay Also am besten über den Berg Fahrt mit links über den Berg Hä? Da ruft einer Also ich muss sagen, der Wettfaden hat sich für Zeit gemacht, Joe Voll Ja Auch mit dem Slider Ich komm da voll gut nicht zurecht Wenn das sei denn Worauf sie stecken Manchmal auf dem Baum drauf Gegenüber ist einer Joe, geradeaus gegenüber Na einmal Da geht die Treppe runter Da war einer Da wo der Einschlag war Ne, da ist immer noch einer Da kommt noch einer Ja, gut Äh Was wird hier das denn? Oh, sorry Granate Oh Ja, das geht Dann treffe ich nicht Ich wurde angeschossen Alle auf Panzer Alle auf Alle auf Wenn die Wenn die Guck mal hier Wenn die Treppe hochläuft Dann kommst du auf dem Dach Ach Ah, ich seh ihn Ah, ich seh ihn Ja Immer Hä Ja, hier noch hoch Hoch Das ist einmal von hinten Ja Oh Gott Ah, das ist schon gespaut Ich komm auch runter, Joe mit Auto Wann ist er ab, der da ist? Ja Die ist drin Ja, die ist drin Auf dem Berg drin, dann bleibt ganz dicht da drin Aber Wo sitzt der? Wir brauchen erst den Dorn hier Ist geradeaus Rechts von den Eingang, Joe Ja, links ist aber auch noch einer Ich bin tot Links kommt einer runter vom Berg Der kommt jetzt zu euch Wir sind tot Ja Wir sind tot Wenn ihr tot seid, ja Ja Joe, kann ich wieder einsteigen? Ja Ja Das ist Übergang Oh nein Auf dem Kübel Ja, ich komm jetzt Ja, ich komm jetzt Guck mal, nach unten Wieder nach unten Gorgel Schnell nach unten Ah, ich geh hier raus Ich bin tot Was ist denn? Oh Mann Ey, das ist so behindert Ja, da war einer Jawoll Oh Mann, ey Schön, ne? Boah Oh, Fahrzeug kaufen Ja Was kann ich denn kaufen? Neues Fahrzeug für FIFA SD Karl